Die Firma MAG Motoren GSMBH aus Grödig bei Salzburg vertreibt seit Jahrzehnten äußerst erfolgreich Verbrennungsmotoren für Industrie und Gewerbe mit einem Leistungsspektrum von 6 bis 600 Pferdestärken. Auch die dazugehörige Beratung und Betreuung hinsichtlich Einbau ist den Kunden dieses Unternehmens sicher. Seit mehr als 10 Jahren ist man zudem auch auf die Entwicklung und Herstellung von Feuerwehrstromerzeugern und Notstromaggregaten spezialisiert. Der moderne Betrieb beschäftigt 10 innovationsfreudige Mitarbeiter, die im Team bemüht sind, bereits entwickelte Produkte an Qualität und Lebensdauer immer noch zu übertreffen. Deshalb zählen namhafte Unternehmen aus der Industrie, wie beispielsweise Palfinger und Rosenbauer, aus öffentlicher Hand und technischer Hilfswerke zu den Kunden der MAG Motoren GSMBH. Weiterführende Informationen finden Sie online unter www.mag-motoren.com. Surfen Sie vorbei und machen Sie sich selbst ein Bild über den Innovationsbetrieb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017